Warum dieser für schwächer Sun ist hier sehr hart? Ein Mainjump Du merkst halt, du bist ja komplett überfordert mit dem Motivpunkt Ich glaube auch, ja Ich glaube auch Ja Ich bin in 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 Ah, da ist ein Rock Ich bin gestand Ich bin in den Rock Ich bin in den Rock Ich bin in den Rock Jetzt habe ich Burst laufen und Ja, ich habe eine Rollziffer, da steht er neben dir Ja, der ist bald wieder gekommen Ja, und an den Rock Okay, ja Ah, ah Ich kann nichts abgreifen Oh, wo ist das? Ah Das war's Fick, Zeig Ich habe einen Rock Ich gehe da weg Damage mit Okay Du wirst jetzt aber sterben wenn du da reinkommst Ich mache jetzt was ganz was Feines Ich schien im Heal ich schien im Heal Ich habe noch eine fairen Ich bin in den Verschreen Kick ihn, Losifer Kick heal, kick heal Er ist im Chip Ah, ich fink Ich fink Heal Full 4 Full 4 healer Der Rock ist auf mir Ich habe den Rock getipfriest Ich kann auch nicht targeten. Ich kann auch noch einen Healer. Nein, nein. Ich bin mein First. Ich komm zu dir, wo die Events geht. Hier, pullt du Healer. Kannst du auf einen Healer wechseln? Ja, ja, eben Deep Freeze. Full damage auf den Healer! Block, 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 block. Ich kann nichts tun. Auf wen würdest du ein Damage machen? Auf dem Mortifier. Healer Full Sheep. Ja, auf dem Mortifier, der ist jetzt da. Ich mach extra Coil auf den, damit du Damage machen kannst. Healer normal Reship. Wir klauen einen Heal. Ich bin mir wieder auf. Ich bin fact, ich bin richtig fact. Mage CC. Mage Resilience. Mage RCC. Healer CC. Und bin auf dem Lucifer. Ich komm da jetzt rein, wir machen eine ECC. Alle erwischt. Healer geht dann noch hier. Healer geht jetzt Full Sheep. Oh, der Mage ist Bastard! Ich lauere noch ein Healer. Healer geht's. Ah, Incy ist Silent Healer. Scheiße, er hat einen anderen Speck wieder einmal. Und dann noch ein Rope. Und dann noch ein Rope. Und dann noch ein Rope. Oh, der Rope ist da. Keine Ahnung, wie der Sturm ist. Ich hab als Damage auf dem, auf dem Healer gemacht. Ah, das ist... Game talk. Das ist so schwer. Das ist so schwer, echt. Aber ich weiß nicht. Also ich hab schon so viel mehr Überblick, wie wenn wir angefangen haben. Ja, das auf jeden Fall. Jetzt das Spiel ist schon relativ normal. Am Anfang war halt wirklich so random. Ja, es geht. Nein, jedem Fall.